Die Bicycle-Bahn-Maschine ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Sie hat eigentlich nur einen Zweck, ans Fahrrad dran montiert, Seifenblasen zu erstellen. Und ich fand, dass es zu diesem Thema noch keine Musik auf dem Markt gibt. Und jetzt kam die göttliche Führung dazu, dass mein Freund Jus Schink, Jus so eine Sache, Konstruja, er ist sicherlich nicht der Erfinder dieses Dings, aber in seinem großen Tüftler-Wahn kommen ihm manchmal ganz tolle Ideen auch in den Sinn, um die Welt mit Dingen zu beglücken, die manchmal gebraucht werden einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Danke